Vater, ich will dich preisen, Großes hast du getan. Was wir heut von dir hörten und was wir heute sagten, Vater, jetzt Grund zum Danken, Vater, wie groß bist du? Menschen, sie sind in deiner Hand, Vater, wie groß bist du? Dein Sohn kam auf die Erde, Wunder hat er getan. Jesus, du gabst dein Leben, gingst für uns in den Tod. Hast du uns die Schuld vergeben, wie groß auch war die Not? Du sandest deinen Heiligen Geist, Mitte in dieser Welt. Er ist, der den Weg uns weist und uns im Glauben hält. Das gibt uns Grund zum Danken, Vater, wie groß bist du? Menschen, sie sind in deiner Hand, Vater, wie groß bist du?